Wir starten heute direkt ins Video, das heißt es gibt kein Intro, es gibt keine lange Einleitung. Wir haben zwei Ankündigungen für euch und damit Hallihallo und herzlich willkommen auf unserem Videokanal. Die erste Ankündigung, die ist hier schon vor mir. Das ist der neue Design Telescope Lift in unserem Sortiment, der ab sofort lieferbar ist. Der ein oder andere kennt unser Standard Lift System, der mit der Metallplatte. Der bleibt auch weiterhin im Sortiment, der liegt bei 399 Euro und auf euren Feedback basierend haben wir eine zweite Variante produzieren lassen, die schon vor mehreren Wochen im Prototypenbereich hier vor uns stand. Wir noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen haben, weil die erste Variante war noch ein bisschen anders, aber wir sind jetzt durchaus glücklich mit dem Ergebnis und auch so haben wir ihn jetzt produzieren lassen. Das ist die Design Variante, die hat eine Glasplatte hier vorne dementsprechend. Wir haben das Finish hier vorne etwas hochwertiger gestaltet. So zurückziehen manuell sollte man nicht machen, habe ich jetzt nur fürs Video gemacht, weil er an Strom nicht angeschlossen ist. Das ist dann halt unsere Design Variante, die allgemein etwas höherwertiger ist. Sie ist sofort lieferbar, liegt bei 449 Euro, also 50 Euro mehr als die Standard Variante. Wer sich dafür interessiert, wie dieses Lift System im Detail funktioniert, was für Zubehör dabei ist, den verlinken wir die Standard Vorstellung, also die Vorstellung des Standard Lift Systems bei uns hier unten in der Videobeschreibung, da er technisch gesehen völlig identisch ist. Wir haben zwar hier ein höherwertigeres Finish vorne, wir haben hier auch die Glasplatte, aber ansonsten von den Anschlüssen, von den Zubehör, von den Knöpfen, von der Motorik ist alles absolut identisch. Die haben wir auf dem Grundgerüst der Standard Variante aufgebaut, weil mit der haben wir super Erfahrungen gemacht. Es gab da keinen Grund der Modifikation. Wir hatten erst noch eine Variante, die nicht ganz so hoch war. Das war noch eine Slim-Aline-Variante. Die hat uns aber von der Motorik nicht her so ganz so gut gefallen. Die war nicht so hochwertig, deswegen haben wir es sein lassen. Das müssen wir auch ganz klar dazu sagen. Da waren wir nicht so überzeugt von. Vielleicht gibt es da aber auch nochmal eine Änderung in der Zukunft, wenn wir vielleicht einen besseren Prototypen als Sampler haben, dass wir vielleicht da nochmal einlenken werden. Und punktuell ist das alles noch nicht spruchreif. Vielleicht irgendwann. Jetzt gibt es erstmal den hier. Zweite Ankündigung. Ja, wir hören natürlich auch auf euer Feedback und es wurde immer gefragt, warum habt ihr denn den Laser-TV-Teleskop-Lift, was ja allgemein eine coole Sache ist, denn nur in schwarz. Viele haben ein weißes Lowboard oder ein helles Lowboard und schwarz sieht dann ein bisschen aus wie so ein Körpus, der fehlerhaft ist. Wobei man ja auch sagen muss, die meisten Laser-TV-Modelle sind ja auch schwarz. Nicht alle von Samsung-LED sind ja auch weiß. Deswegen ist die Frage ja auch schon berechtigt, warum habt ihr denn kein weißes Modell. Wir haben jetzt ein bisschen hin und her experimentiert und haben jetzt die Möglichkeit, erstmalig in einer limitierten Variante den Lift auch in weiß produzieren zu lassen, was wir jetzt auch gemacht haben. Ihr könnt ihn ab sofort vorbestellen. Das ist aber allgemein eine zusätzliche modifizierte Variante zu der schwarzen Variante. Das will ich gleich sagen. Das wird der erste Testballon und wir gucken, wie es bei euch ankommt. Wir haben einiges an Feedback gesammelt in den letzten Monaten mit der Standardvariante und das erste Feedback war, was wir öfters bekommen haben, warum ist denn die Steuerung des Liftes auf der Rückseite. Das heißt, wenn ihr den erstmalig einstellt, rausfahrt, müsst ihr an den Knöpfen ran. Das funktioniert ja später ja manuell, wenn ihr die eingespeichert habt. Und wenn man dieses Liftsystem sehr, sehr nah an die Wand schiebt, vielleicht sogar ganz an die Wand schiebt, kann man das nicht machen, weil man nicht mehr an die Knöpfe ran kommt. Ja, ist uns auch aufgefallen. Dann ist der zweite Punkt gewesen, das Netzteil. Ja, wenn wir den Stecker reinmachen, haben wir ja auch einen gewissen Abstand. Ist uns auch ein bisschen aufgefallen und wir haben uns Gedanken gemacht und haben jetzt eine modifizierte Variante, die erstmalig bei dem weißen Modell, was Mitte Dezember lieferbar sein wird, vorangetrieben. Wir haben als allererstes einmal die Steuerung nach oben versetzt. Das heißt, bei dem weißen Limited Modell ist die Steuerung hier oben. Wir werden uns angucken, wie das Feedback von euch allgemein ist. Dazu haben wir eine Aussparung in der Metallplatte gemacht. Das sieht wirklich sehr, sehr edel aus, die ihr dann hier oben steuern könnt. Wir haben das Netzteil, das Netzteil ist ja extern, aber den Stromanschluss vom Netzteil nach innen drin rein verlegt ein bisschen, sodass, wenn ihr das Netzteil anschließt, dass diesen Lift auch direkt an die Wand ranschieben muss und nichts großartig absteht. Das haben wir jetzt in diesen Step gemacht, in der weißen Variante, die wie gesagt ab Mitte Dezember lieferbar sein wird, ab jetzt vorbestellbar. Je nachdem, wie euer Feedback abläuft, werden wir vielleicht auch die schwarze Variante, die wir jetzt aktuell aber noch normal auf Lager haben, mit dem Knopfdrücken hinten modifiziert produzieren lassen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Ihr könnt ja auch mal euren Gedankengang gerne in die Kommentare lassen. Ist das eine gute Idee, die Steuerung nach oben zu setzen und das Netz oder die Anschlüsse etwas rein zu versetzen, dass wir mehr Luft dort dementsprechend haben? Ist das eine blöde Idee? Bei dieser Variante haben wir es nicht gemacht, weil A, haben wir eine Glasplatte, ist es verdammt schwierig, hier was reinzusetzen. Was heißt nicht schwierig, es ist alles machbar, aber das macht bei der Glasplatte einen massiven Aufpreis gegenüber nur der Metallvariante, die nur eine Leichtigkeit hat. Deswegen, die weiße Variante wird eingeführt mit 429 Euro, also 30 Euro mehr als die Standardvariante. Das hat aber grundsätzlich nichts mit der Modifizierung zu tun, die wir durchgeführt haben, sondern mit der weißen Lackierung. Standardmäßig wird weiß nicht im Werk lackiert, also der Hersteller produziert normalerweise nicht weiß. Es ist eine Sonderanfertigung, eine Limited Edition, die wir im Weiß produzieren lassen, um zu gucken, lohnen sich die Absätze, weil danach müssten wir auch einiges an Lifte produzieren lassen, damit es sich das überhaupt lohnt, im Weiß zu machen. Deswegen haben wir jetzt testweise 30 Euro mehr. Wenn das alles klappt, vielleicht werden wir uns da einpendeln und wenn es sich nicht lohnt, müssen wir halt gucken, ob wir die weiße Variante vielleicht wieder zurücknehmen. Aber das wird die Zeit sehen. Ja, damit sind wir auch heute schon wieder am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Sollte euch das Video oder allgemein unser Videokanal gefallen, bitte abonniert uns doch, lasst uns einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Video.